Und herzlich willkommen hier mit dem Möhrdien, von der heutigen Tag der Humidity, mit Assassin's Creed, mit, ja, Assassin's Creed, ja genau, Syndicate. Nigel hattet es nicht anders verdient, heißt das hier? Ja, mit dabei bei uns hier im TeamSpeak ist der Hunter, der Atto, der Hodor, der Mastik und der Matek sowie der Rebby. Und wir starten dieses Sequenz und, ja Jungs, ihr dürft wieder reden. Nein, ich möchte ihn nicht mehr. Was dürfen wir denn dazu sagen? Ja, alles. Weiß keiner. Weiß ich gar keine, nein, wie wissen denn etwas, eine Farbe, einer Farbe zu ordnen, wenn das Licht gar nicht davon reflektiert werden kann? Wir können ja nicht, gut ja geschluckt. Das ist schwarz noch produziert, der Licht, aber es kann nicht raus. Nein, 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 das Wichtigste ist das Schlucken. Ja, von daher wäre es eigentlich weiß. Die schlucken echt alles. Ja, ja, weiß, wenn es Licht produziert. Nein, das Licht kann ja nicht raus wegen der Gravitation. Ja, aber Licht ist nicht schwarz. Ist ja Wurst, das Licht kann ja aus dem Schwarzen noch nicht raus. Das Ding produziert im Endeffekt Licht. Ja, aber du kannst ja nicht sagen, es ist maximal pigmentiert, wenn nix da rauskommt. Das war eine forsche Vermutung, ne? Das hast du als Tatsache hingestellt. Das hast du als Tatsache hingestellt. Ja, man muss, man muss auch erstmal Theorien entwickeln, an die man glaubt, bevor man sie beweisen kann. Warum die man public zocken? Das ist viel mit Gott. Matik, du läufst jetzt mal aufs ATC. Äh, ACT. Was denn jetzt? Doch. Du musst das auch public zocken. Matik, du steigst jetzt mal aufs Fösterhaus und machst mal einen Schritt nach vorne. Ey Leute, ich habe jetzt 1800 Meter zu, äh, ja, ähm, zu laufen. Ja, und? Ich kann fangen mal an. Ich weiß, das ist fast wie DayZ, ne? Ruf dir ein Taxi. Ich bin das Taxi. Wusstest du nicht, dass SS-Breathe der Vorgänge für DayZ war, was die Laufsimulation angeht? Hunter? Hä? Halt den Mund. Ne. Definitiv nicht. Hunter, das ist ja ein Sprecher. Dann spült ihn bitte. Hunter, getisst. Ich habe ihn nicht getisst, ich habe ihn diskreditiert. Er hat ihn diskreditiert. Hunter, komm, zeig dich. Ich wette, du weißt nicht mal, was das Wort bedeutet. Weiß ich auch nicht. Ich auch nicht. Echt, ist diskreditiert oder diskreditiert? Nein, diskreditiert. Diskreditiert, ich habe ihm in seiner Aussage so widerlegt, um ihn dadurch schlecht darstellen zu lassen und seine Aussage zu widerlegen, in dem Sinne seines gesagten Wortes. Das ist diskreditiert. Wenn du jetzt auch was sagst, weil es immer so ist, dann ist es sogar noch diffamiert. Nein, ich glaube. Das war Mobbing auf höchstem Niveau. Und die Sonne ist weiß. Ich hatte nicht eine Mobbing-Algebis. Eigentlich ist die Sonne blau. Die Sonne macht nur einen gelben Anschein aufgrund der Entflammen, aber eigentlich ist die Sonne blau. Das ist ein blauer Planet. Im Inneren. Ich meine, deswegen kann die Sonne pink-weiß gestreift sein. Nein, das gibt hässliche Farben auf der Haut. Mir egal, ich verlass mein Zimmer ja nicht. Gestreifte Sonnenstrahlen auf der Haut. Was ist das denn los? Ja. Ja, und? Das interessiert mich ja nicht. Ja, aber hier ist das alles, Max. Da ich nicht rausgehe und mich nicht der Sonne aussetzt, ist mir das scheißegal, wie es ist. Ja, ja, der sitzt wirklich die ganze Zeit nur im Keller. Ist das schlimmer. Nein, er ist der Obergeschafft. Dann bitte, gerade du, der gefährdet ist, würde ich dich bitten, dass du in der nächsten Apotheke dir Vitamin D3 wohnst. Was ist Vitamin D3? Wofür brauche ich das? Das ist was, was normalerweise deine Haut mit Einwirkung der Sonnenstrahlen herstellt. Wenn du jetzt quasi nur im Keller wohnst und auch sonst nicht viel vom Tag erlebst, dann stellst du... Nein, er ist ein Obergeschoss, wie gesagt. Arthur, war das mit Vitamin D3? Bist du dir sicher? D3, ja. Frachitis, englische Krankheit, die ganzen... D, genau, Dora. D, okay, gut. Rolle, Kalz, wie... Ich kenn's nur als Dora, nicht als D3, deswegen, aber Dora passt, ich hab nicht, das ist Dora-Verstand, wie sie... Und was macht das, wenn man davon zu wenig hat? Na, du kriegst einen Knochenschwund. Das sind diese ganzen Kinder, die früher in den Mienen gearbeitet haben, die haben alle schiefen, krumme Knochen bekommen. Das nannte man auch englische Krankheit, weil... O-Beine. Genau, sowas, O-Beine. O-Beine oder X-Beine. Ich meine, das Einzige, was ich bekomme, ist einen fetten Bauch, aber mehr auf nicht. Ähm... Das ist ja... Das ist ja... Sehr dünne Fingernägel, kann das sein? Genau, ja, ja, genau. Und... Ähm, ähm, was war's noch? Irgendwas mit den Gedärmen war das? Ja, im Endeffekt ist die 3 für die Menge im Körper wichtig. Ich muss sagen, ich setz mich auf, wenn man dem Sonnenlichter... Du bist allgemein depressiv, also hast du allgemein viel Vitamin D, dann bist du glücklicher, weil du brauchst... Der Mensch braucht Sonnenstrahlen und Vitamin D, um glücklich zu sein. Ich weiß nicht, wenn ich in der Sonne bin, bin ich irgendwie auch nicht glücklicher. Ja, ne, da bin ich eher noch depressiver, weil... Da schwitze ich dann nur wie hell und... Außerdem ist es viel zu hell, als dass ich was erkennen könnte. Oh, normal ist der Mann nicht im Ärger mit mich. Äh, ich hab nichts getan, so wahr mir Gott helfe! Ja, okay, ich bin immer auf der Sonne ausgesetzt, meistens im Sommer, wenn ich von der Arbeit zurück oder hinfahre. Ja, das sind, äh, knapp ne Stunde am Park. Wir haben so viel getrunken und nichts. Oder vielleicht anderthalb, wenn der Zug Verspätung hat oder... Ne, ich fahre ja mit Auto. Ach, na ja, genau, mit dem Haus in ihrem Glas. Also, da sind wir dann durch, ein bisschen Vitamin D, du... Du sagst, es ist nur der Sonne aus, du sagst, es ist nur der Sonne aus. Hey Leute, leiser, redet mal normal ein bisschen. Ja, Arthur, Jan und ich haben wirklich ein sehr ungesundes Verhältnis zur Sonne. Wir meiden sie, wo wir noch können, auch anhand unserer Rot-Sucht. Ähm, ganz schlimm. Rot-Sucht? Ja. D-Pigmentierung der Haare und, äh, Pigment-Störung in der Haut, mit diesen hässlichen Flecken-Bildungen. Warte, die Kräger heißt Kevin. Nein. Fuck, Kevin ist was anderes. Auch einhergehen mit Mangel einer Seele, äh, mit Mangel an Seele. Ja, Kevin, Kevin. Das brauchen wir ja nicht. Also, ich mein, schade, wenn man keine hat, weil man kann sie nicht mehr verkaufen. Ja, das ist der Grund, warum ich keinen Papp mit dem Satan habe, ich hab nix, was hier machen kann. Mir wurde net... Deswegen sammle ich schon fleißig die Seelen anderer. Ja, ich versuch's auch, aber irgendwie warst du immer schneller. Also, ich hab schon ne große Kollektion, ich warte nur auf den nächsten Pokerabend, dann bin ich schon mal vorgesorgt. Kann ich auch auf das verlieren. Ja, Satan. Drück mal Kui. Nice. Seid ihr eigentlich auf dem Public oder auf dem Private? Fick dich, fick dich, fick dich. Geh weg. Geh weg. Ich bin da ja nicht drauf. Also, eins nach dem anderen. Geh weg. Weiche. Oder wo bist du? Weiche. Bist du schon drauf? Töte, Hunter. Töte, Hunter. Weiß ja nicht wohin. Das ist ja keiner was. Komm auf den Private. Mach am Event mit. Nimm mal den Eventteil. Mach am Event mit. Der Ruder auch mitmachen. Hä? Der Ruder macht sowieso mit. Der ist zwangsverpflichtet. Sobald du mitmachst. Ist doch dein Sohnemann. Ja, stimmt. Wenn du mitmachst, darfst du Hunter auch verschießen. Ne, er darf nicht, er muss. Ja, er darf nicht, er muss. Ja, Matek. Zeig dich doch. Komm. Hunter. Ist das Passwort immer noch dasselbe? Ne, ne, warte, ich schicke das. Ja. Nein. Nein, Wunder kennt das Passwort nicht. Ja, dann schreib's ihm bitte, weil ich bin hier im Let's Play. Ich schreib's ihm. Ich schreib's ihm schon. Ja, Arthur. Das Passwort lautet. Wieso kann ich dir nicht durchsteigen? Gefällt's dir? Oder? Okay, da stellt sich beim Matek die Lose ein. Ja, das versteht mir. Schön, dass es schon bei solchen Worten funktioniert. Demenz ist weit verbreitet, auch bei alten Leuten. Allerdings wäre es schöner, wenn das auch noch bei Ess-Geräuschen funktionieren würde. Manta. Ja. Das leben die Menschen, die essen. Ist das ein Tod total? Geh das nicht. Ich bin von Menschen, die essen, nicht von dir. Wer isst Menschen? Aber, guck, Matek isst ja nur. Nein. Matek mampft. Matek isst nicht. Matek vernichtet. Er schlingt. Er ist eher wie eine Gans wie ein Schwein, denn eine Gans isst, kauft nicht so viel. Dann sind das mal drei, vier Snackteller. Und so what? Matek isst wirklich eher wie eine Gans. Denn Gans isst einfach nur runter. Die wirken's runter. Das scheint kaum wenigstens. Du, das wäre ja schön, wenn er eine Gans wäre. Weil er würde nicht die ganze Zeit in unseren Ohren knuspern, wenn er seine Chips frisst. Dann würde er aber Kaka nicht fressen. Das würde dann knuspern. Außerdem könnten wir ihn dann essen. Dann gibt's ganz zu Weihnachten. Ne, es ist ja noch nicht Weihnachten, ne? Also noch nicht ganz. Ja und? Weihnachten. Da habe ich Polizisten töten bei Assassin's Creed. Klar. Auch nicht. Gibt's dann nur ein paar Sterne, aber sonst, mein Gott. Ich faff einer her, der läuft nicht durchs Tor, er läuft über die Mauer. Ja, du bist Assassin's Creed, das ähm, solltest du können. Und ich bin desynchronisiert. Das ist schlecht. Was macht ihr denn jetzt eigentlich? Ich darf niemand töten. Alles klar. Martin, let's play it. Und wir schnacken einfach im Hintergrund. Genau. Ne, was ihr auf dem Private jetzt macht. Ja, zeig dich, dann kann ich dich erschießen. Wollen wir vielleicht alle auf dem Weg? Siehst du doch, die jagen sich. Nein. Lass uns doch auf dem Publik, weil hier gehen wir uns ja eher aus dem Weg. Ich nicht. Matek, wenn du die mal zeigen würdest. Ich muss euch über die Zeit, aber findet euch nicht. Ich zeige mich nicht. Ja, ähm, Arthur, du musst einfach nur zum großen RF kommen. Matek, Gymt hier rum, und ich auch. Und Hodor, du musst das DZC noch vor deinen Namen machen. Idee gegen Klammern mit dem Leerzeichen. Jetzt gleich? Ja. Ja, am besten jetzt gleich. Sonst müssen wir böse Schimpfen mit Martin. Böse, böse, böse. Komm doch mal hier hin. Hm. Okay, äh, die beiden hier in meinem Wohnzimmer meinen, ich schreie. Wer sind denn die beiden? Kann jemand verraten, warum ich... Äh, Potter und Martin. Was ist das? Der Kiffer und das Gollum. Ja, der Kiffer und das Gollum. Sag, Ingen, sie sollen das Maul halten. Matek, deine Pizzen sind fertig. Nice. Hattest du nicht gerade erst was zu essen? Ja, das ist jetzt mein Nachschlag. Naja, das Gollum will übrigens der Community beitreten. No way. Ich glaub, wir werden ihm auch noch Gollum nennen. Das Gollum hat Pech, es muss erst den Ring wiederfinden. Heißt der so, weil er hübsch ist, oder? Nein. Also, im ironischen Sinne, ja. Ja. Er hat sich damals selber den Spitznamen gegeben, weil er eine sehr gute Fizzenierung des Gollums geben konnte. Hm. Aber das Aussehen hat auch gepasst. Ja, tja. Es war zwar eher ein De-Invitat, aber... Naja, der ist halt Fixe, ne? Ja, der kriegt es vielleicht. Schießt auf mich! Hey, was erwartest du? Äh, bitte Martin, du bist ein Krimineller. Was erwartest du? Au! WTF? Also, ich brauche mir echt lange, bis ich am Herfeld bin. Aber ich brauche mir zu hoch. Ich bin eigentlich... In deinem Rücken... Ach, bist du sowieso ne... In meinem Rücken sind 12cm Stahlbeton. In meinem Rücken sind 12cm Stahlbeton. Drei Äxte und das Schwert meines jetzigen Opfers. Also, ein sehr gelungener Tag. Wenn ich jetzt direkt wieder angreife, vermuten die das nicht, oder? Hä? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Warum hat man denn jetzt bloß noch vier Quickslotsplätze, sehe ich gerade? Ist ja bescheuert. Ähm, umso mehr Klamotten und umso größere Klamotten, die du anziehst, desto mehr Quickslots. Gut, gut. Ja, man taggt. Ich bin bei dir, haaa. Ne, jetzt mal ohne Spaß. Sollen wir uns treffen? Ja, großes Airfield auf der Mitte. Komm. Okay, bis gleich. Moment voran. Wo ist die Dünne? Vergesst deine Pippen nicht. Bringt euch mal bitte alle gegenseitig um, weil ich brauche Loot. Ja, dann macht nicht so viel kaputt, ja? Oder du hältst dich schon wieder nicht an den Text. Oder. Danke. Richtig so. Ah, herrlich. Ja, Ruder muss das echt mit dem Text auch werden. Arthur, das ist deine Aufgabe als Vater, ja? Nimm sie mal ein bisschen ernsthaft. Deine schlechte Beziehung, Arthur. Das wäre das erste Mal, dass ich jetzt irgendwas, was meine Aufgabe ist, gewissenhaft tue. Da fangen wir jetzt gar nicht an. Das hat 32 Jahre lang prima auch anders, ich glaube. Boah, das ist ja laut, Alter. Wie wir das andere Leute seine Arbeit machen lassen, ist die englische Art und Weise. Das ist die bessere Art und Weise. Arthur, du musst irgendwas mit deinem Mikro machen. Du willst, ne? Der Gewaltige ist. Umi-Linge fallen schreiend zu, meine Ohren. Ja, wo kann er nicht essen? Wollte er sagen, er hört seinen Knusper nicht. Meine Ohren, ey. Knusper, knuspern Mäuschen. Der Klappert da an seinem Häuschen. Der knuspert an dem Mäuschen. Der knuspert an dem Mäuschen. Es weiß jetzt keiner richtig so. Okay, Ness, ich stehe mal ein bisschen in die Rune. Na. Das war Paul, ihr Waffen. Oh! Hallo, hallo! War das wieder laut? Also jetzt bist du natürlich live, ne? Ja, jetzt ist das schön. Oh, hier in die goldene Hütte. Kannst du bitte ein bisschen lauter sprechen? Ich weiß nicht, dass du mittlerweile den Namen geändert hast. Naja. Oder? Nein. Es bringt auch nichts, wenn du es wieder rückgängig machst. Ich will es die ganze Zeit in den Loks. Wie? Ja, hab' die Loks auf dem zweiten Unit offen. Ja und? Nix. Was genau willst du mir damit jetzt sagen? Was willst du uns jetzt damit sagen? Nix. Ich bin der Meinung, ich bin der Gewissheit, dass es so ist. Zeig. Wenn denn nur, wenn ich Serverrechte bekomme. Was für Serverrechte, Alter? Was willst du? Deine einzigen Rechte sind zu sterben. Oh mein Gott, man kann jetzt in die Lagerhalle bei Vibor. Welche Lagerhalle? No way, die rote Backsteinhalle. Ja, da kannst du einen Springer rein. Nice. Aber schön zu wissen, dass du da, wo du bist. Ja. Hunter, dann komm vorbei. Bin ich bei. Das glaub ich ja wohl. Warte. Ja, warte da. Kletter schon mal die Schauschein hoch. Ja. Hunter. Dann kann ich dich besser sehen. Du weißt ja nicht, ob ich in der bin. Vibor hat nur eine so große Lagerhalle, wo man vorher nicht rein konnte. Doch. Wunder gefallen? Nein. Nein. Also doch. Nee, er ist noch nicht tot. Wenn man... Hat sich nur spontan halt beide Beine gebrochen. Man weiß auch nicht, wo sie erkaufen. Plötzlich war's so. Wunder gefallen. Auf einmal gucken sie aus den Schultern raus, oder wie? Ja. Was ist los, ey? Das ist aber ein sehr schönes Video gewesen. Das Video existiert immer noch. Echtes Video? Was? Wo ist denn hier die Treppe? Oh nein, ich fall runter. Ich bin tot. Nein, doch nicht. Ich schwöre, euer Geräte passt gar nicht zum Video grad. Das ist so... Ja, wenn wir nicht sehen, was du grad machst, können wir da auch nicht drauf eingehen. Ja, ich mein... Das ist das Problem der Blinden. Ja, der grad aufs ne Dach rum. Unten drinnen sind Polizisten und ich muss so komische Sachen... Ja passt doch. Ich muss hier drum rumschleichen. Ich muss jetzt drum rumschleichen. Keiner sieht dich, keiner sieht dich, jeder hört dich. Keiner weiß wo du bist. Ich fall runter. Smart, ich will aber nicht sterben. Du wirst sterben. das ist nicht deine entscheidung also wenn du mit dem Tod drohst er droht sich nicht, das ist einfach Sprechen vor dem Erben kommt das Sterben ja ja ich möchte nicht, dass Hunter mich erscheint Raucherkinder erben früher nicht nur Raucherkinder auch Alkoholikerkinder was, ich bin das was, fick dich zum Beispiel vom Ziel weg, fick dich nein, fick dich, fick dich, fick dich guck mal diese Kraftausdrücke oh mein Gott, wie schnell ich lasse selber entscheiden doch, was ich fick es würde sicherlich einen Moment dauern, aber wenn ich mich jetzt gleich ins Auto setze tut mir leid aber irgendwie ich war zu weit weg und dann war es von vorne, fick dich herzlich willkommen der Breitenstreuung der theoretischen Komplexe ich mag dieses Spiel das Spiel wird immer unsympathischer liegt das vielleicht daran, dass du immer betrunkener wirst? nein schade dann machst du irgendwas falsch nein ich bin betrunken bitte du bist nur vollkommen besoffen genau doch also du bist nur die der das eine eine andere die 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 ich habe mich versteckt zwischen zwei bäumen nein ok hunter ich habe ein thermometer gefunden du weißt was jetzt passiert ja ja gibt's matek aber bitte richtig matek nicht essen du wirst doch mal zu fett knurzbar knurzbar knäuschen wer frisst da seine pizza heute hatte der ein durchsatz also wirklich ich hab also selten so stolz gewesen also wirklich strahlt aber noch zweieinhalb liter alter muss man überlegen dass der das hinkriegt dass leute zweieinhalb liter scheißen kannst du eine richtig große kleckerburg bauen das wollte ich auch gerade so widerlich wenn er da so eine bock baut es ist gerade sehr spär schon das bier zu behalten er hat seit sieben tagen nicht gekackt und dann kam oder aber ich muss mal ganz kurz für dieses let's play im wahrnehmen es ist montag es ist nicht freitag ist das nicht samstag ist das montag es ist um nur 20 es ist ja also wirklich was hier bei uns auf dem diesweg ab geht es ist montag das ist halt diese schöne weihnachtszeit da muss auch sowas mal sein ich durfte weiterreden aber ich würde nur sagen es ist montag sollen die leute jetzt nicht kacken weil montag ist oder was willst du mir damit nicht sagen also und das wird nicht erschessen ja ist ja Dienstag jetzt kommen wieder alle ach so ich darf niemand es schießt auf mich es schießt auf mich pascal das hat jetzt gepasst ich habe gerade jemanden getötet und das durfte ich nicht das spiel möchte ich nur einreden dass du das nicht durftest aber in wahrheit töte einfach jeden nein ich werde immer zurück gesetzt sterbien sterbien jawohl arthur du bringst es auf den punkt erst weg der echten und richtig riesen abraten ja matek i see you das ist doch geil du hast doch eine pizza vor dem auge oh pizza wäre es geil wo bist du denn der puls ist hooouch ich hätte gerne einen döner der hat gar nicht auf mich geschossen sondern auf die scheiß Kühe hunter die Kühe laufen an dir vorbeiii ähm warte 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 ja jetzt ja hei jungen das sind deine letzten event minütchen was denn so ist das wenn man zu matek läuft bist du nicht zu ihm gelaufen unter läuft jetzt am zäunchen vorbei Richtung straße jetzt macht er ne kehrtwende jetzt läuft er zickzack Der Hunter, unser Hunter, ich war in voller Panik. Hohe! Wird er jetzt etwa ein zweites Mal heute sterben? Mein Kacken erschlägt, nee. Wir können nichts finden, Inspektor. Sie haben's wieder versaut, Sergeant. Da ist ja der Hunter Richtung Scheune. Komplett in grün. Das war's mal wieder mit einer kleinen kurzen Runde. Assassin's Creed Syndicate, Zugversteck. Nickel hatte es nicht anders verdient. Was, der Zug hat sich versteckt? Polizist niedergeschlagen, 0 von 4. Ach so, ich darf sie niedergeschlagen, aber nicht töten. Alles klar, aber das vorher war es. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal. Euer Mödin. Und mit dem TeamSpeak war der Hunter, der Arthur, der Hode, der Masiose, der Matek und der Raby. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi Sikowski. 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 Tschüssi Sikowski.